frames per second steht da f ps was bedeutet das wir haben schon geklärt frames also bilder einzelne bilder pro sekunde ist damit gemeint ich werde jetzt mal folgendes machen ich werde mal hier einen strich malen und zwar mache ich den so und das werden wir uns gleich mal im langsamen anschauen